Halli? Hallo? Hallöle? Willkommen zurück zu Pokémon Unite. Irgendwas ist hier anders. Es gibt Feuerwehr-Sets auf alle Fälle. Aber irgendwas ist hier doch anders. Ich glaube, das ist die Musik. Und dass ich ewig gebraucht habe, bis das hier wieder funktioniert. Weil der immer gesagt hat, da ist nix. Aktuell ist da ein Spieldaten. Ich glaube, das liegt immer an Updates. Da muss man immer beide Versionen updaten. Das hängt ja irgendwo. Was irgendwie komisch ist, aber hey. So, also auch die Mobile-Version. Nachdem ich da dann ein Update durchgeführt habe, hat es wieder funktioniert. Keine Ahnung, ob es daran liegt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So. Wir legen einfach los. Ich glaube, das ist einmal nur gruselige, soll gruselige Halloween-Musik darstellen, aber... Irgendwie auch nicht so ganz... Irgendwie auch nicht so ganz... Es wäre gut, wenn ein Angreifer im Team wäre, liebe Leute. Aber ey, ist auch egal. Wir machen es auch so. Vor allem, ich nehme das Video hier kurz vor knapp wieder auf. Was etwas schwierig, das Ganze macht. Ob das heute pünktlich kommt, wegen dem Stream. Mal sehen. Ich probiere es auf alle Fälle. Gut. So macht man es, Leute. Schnellige Bewerber. ... Das war's für heute. Wir müssen Pikachu da runter bekommen. Okay, Pikachu ist da wohl nicht mehr. Und das gegnerische Glumander hat Punkte erzielt. Und das war's für heute. Es gab ja wie gesagt Update mit Feuerwehr und Gruselmusik. Okay. Na, gucken, was sonst noch so kommt, ne? Okay. Aber Pikachu, du rennst doch immer noch in der Falle. Wir haben irgendwie unten nicht aufgepasst. Da wurden Punktezonen zerstört. Okay. 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 3 2 1 2 1 3 2 Das war's für heute. So, Rotom fertig machen. Aua. Das hat ja nicht so funktioniert, weil keiner da war. Das war's für heute. 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 Und haben wir trotzdem irgendwie gewonnen. Wir haben verloren. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Das war's für heute. 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 Und dann geht's für heute. Ich geh mal kurz zurück. Ich höre vom Rechner nichts mehr, das macht mir natürlich auch irgendwo Sorgen. Punkte sichern, erste Punktezone zerstört, während auch eine von uns zerstört wurde, und zwar unten lang. Okay, ich würde schon sagen, hier kommt nichts mehr, aber... Doch, da kam noch was. Ich muss Pikachu hier rauslocken, sonst bringt das ja nichts. Duut. Upsi. Ich habe ja das Gefühl, das Video kommt später und der Slim gar nicht. Gerade. Da ist Glurak 04 und spielst aber einen Pikachu. Und stirbst an einem Glurak. Weiter so! Okay. 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 Das war's. Das war's. Oh Gott. Also ich sehe auf alle Fälle einen Mauspfeil. Cursor ist da. Aber mehr als auch nicht. Keine Ahnung, was der Rechner die letzte Zeit hat. Der hängt nur noch. Und das war's. Ich will wenigstens noch die Punkte punkten. Oder auch nicht. Ich darf keine Punkte machen. Ich will wenigstens noch die Punkte machen. Ich versuche mir jetzt hier noch einen Weg durchzubauen. Okay, dann halt nicht. Ganz ehrlich. Und wieso fantastisch, wenn eine unserer Punkte zu uns zerstört wird. Mal kurz gucken, ob das nur an dem Rechner gerade so liegt oder... der generell... Der ist auf den Startbildschirm umgerutscht hier. Das verstehe ich überhaupt nicht. 5, 4, 3, 2, 1... Kampf vorbei. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay. Verloren. Also er hat schon die ganze Zeit aufgenommen, aber der war irgendwo auf... ja, iLog, Login-Link. Manchmal komisch. Muss ich gucken, ob da wieder irgendwas sich herstellt hat. Es gab ja auch noch ein Windows Update. Deshalb. So, äh... Weiter... Hauptmenü. Weiß ich muss ab und an dann hier mal mit der Maus so rumwackeln. Äh... Eintauschen. Yay, Item-Verstärker. Die sind gut, wie wir ja wissen. Dann Kampf-Pass. Und hier gibt's auch nichts Neues. Okay. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hoffentlich dann läuft hier alles besser. Bis dahin und ciao, ciao.